Ich bin gerade auf dem Weg zu MyTaxi. Heute ist hier Agile by Nature Skill und es dreht sich um das Manifest für menschliche Führung. Ein interessanter Vortrag. Hannes wird ihn heute machen, ein Freund von mir. Und sind wir mal gespannt. Untertitelung. BR 2018 So, das Event ist vorbei. War ein richtig toller Workshop. Wir haben über die sechs Leitsätze, das Manifest für menschliche Führung, geredet. Wir sind in Dreiergruppen durchrotiert. Zwischendrin hat es, wie du gesehen hast, richtig böse geregnet. Etwas Wasser war im Raum, aber richtig Spaß gemacht. Viele neue Eindrücke. Es ist definitiv empfehlenswert. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Agile by Nature Skills. Tschüss!